Das war aber kein Fertigteilschloss hier, oder? Wir haben gerade gesagt, wir können ja hier unten noch mit der Zeit fahren. Ja, boah, wir haben schon mal gemacht. Das kann ich nicht fahren, ja. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das hättest du noch nicht machen brauchen, Heinz, ne? Der Heinz fährt halt den Poller dran, guck mir das an hier. Die hat eh noch zwei Stücke Holz verloren. Ziemlich frisch. Obwohl, wenn das immer so steht, das braucht nicht viel zu sehr viel. Ach, die haben sogar eine Uhr da oben. Im Zehen stimmt das? Ne. Ach, das soll 1710 sein. Ach so, nicht die Uhr. Hier steht 1710. Das hat schon seine Zeit gedauert. Da hinten nochmal aufnehmen. Das hat schon gesagt. Da hinten sitzt das. Das ist der Grund. Du hast du nicht mehr so in die Schule. Das hat die Schule. Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020